So, hallo, hier ist auch Nalli P am Start. Ich bin gerade bei meiner Nachbarin, bei Katrin und wir haben heute eine glutenfrei-emazipat-Torte jetzt gemacht. Und jetzt seht ihr mal das Werk hier auf jeden Fall. Das ist richtig schön. Und da habe ich das bisschen was gelernt. Das ist meine erste Torte und ich habe mir gezeigt, was man erst machen kann. Wie ihr seht, hier kommt mal so eine Schleife, so ein paar Blümchen und sowas. Richtig toll. Nächstes Mal vielleicht in Farbe oder sowas. Ja, also ich bin schon gespannt, wie jetzt schmeckt es auf jeden Fall auch. Ja, wie seht ihr auf jeden Fall, wir sind gerade draußen hier im Garten. Genau, seht ihr hier so einen schönen Garten, hier mit so einem schönen Pool. Richtig schön sieht es hier aus. Könnt ihr mal sehen hier, schön, ne? Ich bin echt auf die Torte gespannt. Aber wie gesagt, hier sieht man zwar ein bisschen, aber es ist ja normal. Ich finde das richtig nice. Nächstes Mal vielleicht in Farbe hier irgendwie schön machen. Ja, auf jeden Fall sage ich schönen schönen Dank. Ne, dass ich da jemanden habe, der mir da eine Torte machen konnte. Und ja, vielleicht mache ich nochmal ein Filmchen und gucken. Also, viel Spaß und rein. Tschau. Ich mach das schon. Ich mach das auch nicht. So, ich mach das auch nicht. Und jetzt habe ich jetzt mal einfacher. Vielen Dank.